Der fünfte der Nordrhein-Westfälischen Hallenmeisterschaften. Drauf hat er diese Höhe. Er ist in diesem Jahr schon 2,05 Meter gesprungen. Auch er will die Unterstützung vom Publikum und seinen Kontrahenten. Also letzter Versuch. Finn Schmitz. Und der fliegt drüber. Starkes Ding, der über 2,04 Meter im Dritten. Damit ist er der Vierte, der diese Höhe schafft. Vielleicht der ein oder andere Blick noch auf eine Quali über die Zeit. Ja, und da geht es im Ersten drüber über 2,08 Meter für Tom Ediger. Eben schon Finn Schmitz drüber. Und das ist ein wichtiger Step in Richtung Medaille.